An unserem Hotel im Urlaub gibt es auch eine Wasserschildkrötenstation. Dort befinden sich ganz viele Wasserschildkröteneier, wo sie dann ganz in Ruhe und ohne Gefahr schlüpfen können. Die Organisation von Biodiversidade sind nämlich Naturschützer und setzen sich für die Kleinen ein und lassen sie dann am Ende ins Meer. Und ich konnte übrigens gestern zusehen, wie Schildkröten ihre Eier legen. Dazu mehr in der Story.